Das Nichtwissen nagt an einem doch sehr. So, wir sehen Justin im Jägermecht D-D. Damit habe ich nicht gerechnet. Bin ich offen. Jägermecht D-D, zwei Rack, fünf, vier Heavy Machine Guns. Ist eine Maschine mit sicher viel Firepower. Ich hätte ein bisschen Angst, weil das so eine Glaskanone ist. Ich auch. Deswegen, ich sage, Jäger hätte ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen, wenn du siehst, was der Jäger hat. Ein IV-4 mit zwei mm, 30. Ja. Au. Also bei mir läuft dieser Mech einfach nur unter Au. Der ist auch wirklich unangenehm. Ich sehe ihn nicht gerne. Fresh. Als Puck-Geggen habe, sehe ich ihn nicht gerne. Hallo, Benesto. Danke fürs Fresh. So. Und wir sehen aber auch Epona direkt schon auf Täter drauf. Und das ist eigentlich auch nicht so gut für den Justin. Weil Justin bräuchte ein bisschen Distanz. Je näher Epona mit seinen MMS rankommt, desto schlechter ist das für den Justin. Und Epona ist schon wieder weg. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in dieses Mindgame rein, was ich vorhin gesagt habe. Also du meinst, du spielst ja auch diese Eins gegen Eins. Nervig, oder? Ja, dieses Taktieren. Das ist wirklich dieses, macht der das, denkt der, was ich mache. Je nachdem, gegen welche Gegner man hat, wenn man ihn gut kennt, kann man das noch ein bisschen ausnutzen. Aber jetzt ist es doch hier eher voll drauf geworden. Jetzt ist es ein Vollball. So, wir gehen rein bei Justin. Justin, beinahe angeschlagen. Er schießt jetzt auf den Rücken von Epona. Epona scheint den Rücken ganz gut gepanzert zu haben. Hat jetzt aber sich gedacht, komm, ich gebe ihm die Panzerung aus dem Rücken her. Gar nicht unklappbar. Gar nicht unklappbar. Und haut jetzt ab, weil er hat einen Käppforsprung. Jetzt sprung, jetzt den MMS drauf. Genau aufs Bein. Also Epona hat sich vorgenommen, ich gehe aufs Bein. Und Justin hat das nicht gewöhnt. Er hat sich gelernt aus den Light- und Medium-Spielen, dass Beine ein Unfallziel sind. Ein Unterschuss. Echt? Zweck, er ist aber heiß. Er läuft gut, ja, heiß. Alles, alles, keine Munition. Oh, zu heiß. Das gewinnt Epona. Das gewinnt Epona. Das gewinnt Epona. Das gewinnt Epona. Oder? Moment, wer gewinnt das? Ich bin verwirrt. Das gewinnt Epona. Epona hat nach Cap'n. Weißt das Spiel das? Ja. Ja, Epona hat gewonnen. Unglaublich. Leute, das war ein Cameron. Das war Finale. Letztes Jahr. Letztes Jahr im Finale war es ein Unentschieden. Dieses Mal erst gesprengt und dann gewonnen. Richtig. Heute kann man definitiv nicht sagen, dass es langweilige Spiele sind. Das waren jetzt schon drei Dinger, die richtig geil waren. Das habe ich nicht kaum gesehen. Ich auch nicht. Also ich habe gesehen, dass Justin voll drauf geht, weil er sich gesagt hat, Alter, der hat mir das Bein weggenommen, jetzt wird es gefährlich. Voll drauf gegangen. Aber ich habe nicht gedacht, dass, wow. Ich bin sprachlos. Schadensunterschied. Deutlich. 540 Schaden gegen 320. Ist aber auch gescholte, dass der Epona auf die Beine geschossen hat. Ja, ganz genau. Der konnte gar nichts mit Schaden machen an der Stelle. Ja. Ich bin beeindruckt. Das ist super, super besetzt. Also ich bin... Wie seht ihr das, Leute? Also ich bin hyped. Ich bin quasi... Fresh. Shhh. Shhh.